Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno1800. Die Menschen lassen sie hochleben. Das ist fantastisch, wo denn? Ach schön, guck mal hier, letztes Mal war hier noch ein Aufstand. Jetzt werden wir hochgefeiert. Das ist doch herrlich. Wunderliches Dorf. Das ist schön, gibt es ein Bierfest. Seine Haut rein, Freunde, lasst euch mal richtig volllaufen. Ich habe andere Pläne. Und zwar, wir hauen hier mal alles weg. Ich würde sehr, sehr gerne gucken. Warte mal, haben wir hier eine Stadtaufgabe. Wenn du sie nicht brauchst, ich siedle da gern. Nein. Erst kein Glück. Ja, ja, ich habe keinen Bock, dass ihr mir hier alle Inseln wegnehmt, Leute. Überhaupt nicht, weil alle Juten Inseln sind nämlich weg. Ja, guck mal hier, gibt es auch keine Fälle. Ihr kennt aber gerne Fälle. Wir haben ja letztes Mal eine Insel besiedelt. Hier gibt es Fälle, verdammte Kacke. Ah, verdammt. Ähm. Mal was anderes. Und es ist auch wirklich ein kleines Boot abhanden gekommen, oder? Hier. Die Samson ist da. Wo ist die kleine Gurke? Hier. Die Samson. Wo sind die anderen? Keine Ahnung. Ist das uns das? Ja. Äh. Rum, Kohle, Hopfen, Paprika. Die fahren. Überfahrt. Keins. Wurde die versenkt? Kann nicht unter Umständen sein, dass unsere Schiffe hier so langsam nach und nach weggemacht werden. Bedeutet, wir brauchen hier die dicken Dinger, ne? Dass wir richtig rumballern können. Alles andere finde ich irgendwie so... Naja, nee. Schiffe weg ist nicht. Cool. Wie sieht denn der Warenbestand hier aus? Wurst will weniger. Das ist nicht gut. Wir brauchen vielleicht noch eine Fleischerei irgendwo hier. Dann passen wir mal auf. So. Ja. Da. So. Ähm. Wir bauen das da, wo passt. Hier ist schön. So. Ja. Okay. In der Hoffnung, dass hier mehr Wurst zusammenkommt. Hier haben wir... Free Willy am Start. Dann haben wir hier... Oh, du musst erst alles noch laden, wa? Warum ist denn das so nicht so hübsch? Hallo? Hä? Wieso ist denn die Hege so hässlich? Du sag mal, wo sind nur unsere Tiere? Hat er die noch nicht richtig geladen hier? Okay. Vielleicht brauchen wir noch einen Moment. Die Störche waren auf jeden Fall gerade schon mal da. Das ist sehr schön. Die Kirche hat geläutet. Hm. Schwierig. Da ist einer kaputt. Okay. Schaden wird repariert. Was sich unter Deck befindet, ist meine Sache. Kann auch unter Deck bleiben. Kannst du alles behalten, ne? So. Wir wollen jetzt hier... Äh? Wo sind die Tiere? Das ist ja ein starkes Stück. Also der war alles da. Der Rest nicht. Die waren aber letztes Mal da, ne? Einen Kronkranich haben wir hier. Dann Wildhunde haben wir hier. Die Bären waren letztes Mal noch da. Und die Morschlubs Ochsen waren auch da. Naja. Wer weiß. So. Würde ich hier was von uns verlangt? Negativ. Okay. Ich würde sehr, sehr gerne... Ähm... Die Fälle weiter bearbeiten. Ja. Oder ranschaffen, besser gesagt. Weil... Ich steige empor. Im gleißenden Streitwagen der Götter. Geil. Ihr wollt nämlich... Fälle. Und dann habt ihr alles. Und dann könnt ihr aufsteigen in die nächste Bevölkerungsstufe. So. Und dafür müssten wir rüber in eine andere Welt. Und zwar... Ähm... Hier sind wir in Afrika. Richtig? Richtig. Neue Befehle, Admiral. Äh, Neptuno. Ne, bleibt man da stehen. Hier wollte ich doch ja nicht hin. Hier wollte ich hin, glaube ich. Hier war doch auch eine Aufgabe gewesen mit der Tauchglocke, oder nicht? Neue Befehle? Ja. So. Ähm... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kleine Gurgel, da. Oh mein Gott. Da ist das Ding. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ähm... Andere Frage. Äh... Wo... Einsatzbereit. Warum sind hier Bretter und Fisch? Was wollten wir damit machen? Wir brauchen noch Ziegelsteine. Verdammte Hacke. Los, ladet mal aus hier alles. So. Das Schiff ist wieder da. Mega geil. Komm, den schicken wir gleich wieder nach Hause. Die alte Welt. So. Fahr mal los. Wir brauchen Ziegelsteine für den Reparatur-Doc. Also. Bereit für den Einsatz. Äh. Santa Maria. Du bist zurück, ne? Ein Spediteur. Okay. Ruder übernehmen. Dann komm mal ran. So. Santa Maria. Warte mal. Du kannst gleich laden. Einmal Ziegelsteine, bitte. Und die bringst du... ...in die neue Welt. Guantio Sesto. Ist das... Oh, bitte. Ja. Lasst es mal so klappen, soweit. Ist sehr bedrohliche Musik hier. Hört sich bald an wie von Herr der Ringe oder so, oder? Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Na, das ist doch schön. Habt ihr ordentlich Löcher in der Hütte? Oh, ja. Oh. Ist aber nicht hübsch hier. Brauchst du nicht mehr, der Feind ist weg. Kannst du wieder anmalen, deine Wand, ja? Immer streichen und dann jetzt weiter, bitte. Okay. Pass auf, ähm, wie je nach da. Hier war doch irgendwann tauchglockenmäßig. Weg. Benachrichtigung. Weg. So. Oh. Schneekugel. Pass auf. Ähm, Kampfkraftglaube. Gefrorene Segel. Verdorbene Nahrungsmittel. Das Schiff steht kurz davor, zusammenzubrechen. Die Masten erklimmen und die festgefrorenen Segel lösen. Unterdeckt bleiben und hoffen, dass die Vorräte reichen. Nö, komm. Wir gehen voran. Die Aufgabe ist nicht leicht. Die Matrosen sind durchaus kräftig und da gewöhnt. Na, la, 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 la. Auf die Taue zielen und das Querschießen-Segel halten. Alle Kanonen abfeuern. So das Eis. Ja. Okay. Mach mal weiter. So, was hier los? Was mit euch? Wollt ihr jetzt Sachen machen? Äh, Apostasi. Glaube. Warte mal. Die Mannschaft muss einen gemeinsamen Nenner finden. Dazu ermuntern, zu glauben. Die Fanatiker von überzeugen, tolerant zu sein. Haarsträubende Schrecken. Höööö. Das hätte man nicht so. Komm. Voll machen, weiter machen. Dankeschön. So. Viele Besucher kommen nach Neponien. Das ist doch geil. Aufgabenbuch. Du, genau, hier war doch was. Ja. Komm mal hier hin. Ein großer Moment für uns alle. Oh, Expedition ist umgekehrt. Was gab's denn? Wer bist denn du? Rathaus. Zeig mal. Fette Karre ist wieder da. Geil. So. Lad mal alles aus. Was hast du noch bei... Ach, warte mal. Rathaus. Magazin. Da ist das Rathaus, richtig. Wurde die jetzt schon ausgewählt? Nö. Was machst du? Beeinflusst Ingenieurshaus, Investorenhaus und alle Wolkenkratzer. Einkommen pro Haus plus 20. Aufstandsgefahr plus 20. Minus Wartungskosten. Äh, Brandgefahr. Was machst du? Zufriedenheit. Oh. Schiff unter Beschuss. Zeig mal. Warum werde ich beschossen? Seid ihr doof oder wat? Wieso habe ich hier... Hallo. Hallo. Ey, ich hab hier... Ey, 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 ey. Hör mal auf. Ich hab hier wichtige Sachen an Bord. Bitte, komm, hör mal auf damit. Ja? Solange ihr mir hier nicht hinterherfahrt, ist das ja okay. Ah. Aber ich kann die doch hier nicht versenken, oder? Ich will hier kein... Der Klipper. Eine Frikatte. Klipper. Ist das alles der Feind hier? Nee, er ist kein anderer. Oder muss ich die befreien? Warte mal. Ach nee, ich will hier... Nee, ich will hier keinen Krieg anfangen. Das kannst du vergessen. Ähm. Komm, wir bleiben hier. Wir haben eine Stadtaufgabe. Na, dann schauen wir doch mal, ob da wat zu machen ist. Ja, was ist denn los? So, versorgen sie Einwohner mit Fleischkonserven. 14 Tonnen. Jetzt müssen wir hier immer Fleischkonserven ranschleppen, wa? Haha. Hätten wir mal lieber nicht angenommen. Naja. So. So, räumen wir erstmal hier die Nachrichten alle auf. Fleischkonserven. Das Leben hier ist wie eine frische Brise. Na, ist doch schön. 14 Tonnen Fleischkonserven. Komm, wollen wir das ranschaffen? Aus der alten Welt? Haben wir noch ein Boot über? Admiral auf der Brücke. Komm mal her, mein Junge. Ja, wir fahren mit dem Flaggschiff. Äh, 14 Tonnen Konserven rüber. Das sollte ja machbar sein. Dann. Aber irgendwie muss doch da ein Bug drin sein, oder? Spielstand neu laden. Und zack, schon sind haufenweise Sachen da. Okay, gut zu wissen. Ähm. Jut. Konserven. Oh, davon haben wir aber nicht viel, ne? Fleischkonserven. Warum haben wir denn davon so wenig? So, fahr mal da mit, bitte. Nach da. Krone Falls, wartet, ne? Zeig mal. Wartet richtig. Krone Falls. Perfekt. Ähm. Jetzt müssen wir gucken, warum die Konserven hier so wenig sind. Ähm. Aus Wattwürttemberg, was die macht? Zeig mal. Konserven werden die macht aus? Eisen. Und Großküchenprodukte. Oh, guck mal hier. Großküche ist voll. Das ist mit Eisen. Och. Ey, da müssen wir hier viel mehr Konservenbüchsen bauen, Dinger hier, so eine Dinger machen. Konservenbüchsen bauen, so eine Dinger machen. Habt ihr gehört? Äh. Haben wir ja auch. So, jetzt aber. Na, da war ja noch was. Okay. Problem gelöst. Alles klärchen. So, sollte laufen. Definitiv ist diese Produktion jetzt soweit schön. Dann nehmen wir wieder rüber nach da. Ach, ein Hin und Her hier. Verrückt ist das. Was ist denn hier eigentlich mit Ziegelsteine? Na, hier fehlt es einem allen. Wir haben hier eine Lehmgrube, aber nichts anderes weiter. Weil wir haben doch keine Arbeiter dafür, richtig? Die Lehmgrube haben wir. Und ein Lagerhaus brauchen wir noch. So. Okay. Ja. Keine Produktion, weil. Schiff unter Beschuss. Oh, komm schon. Ihre Bänder verlieren ihre Farbe nicht. Plus drei. Wir haben Piratenschiffe H&H. Da sammeln wir mal ein. Schauen wir mal. Oh, das hat sich aber gelohnt. Äh. So. Mach mal deine Fahrt bitte weiter. Gold, Alter. Wie geil. Gut, dann nehmen wir da mal wieder rüber. Oh Gott, das ist ein Hin und Her hier. So. Die Waren kommen. Äh? Aber. Brauchen wir hier? Eigentlich brauchen wir hier so eine Leute, ne? Okay, Ziegel werden schon mal hergestellt. Das ist super. Ähm. Konservenfutter kommt. Hier können wir leider keine Fälle herstellen. Aber hier. Und das wollten wir auch machen. So, pass mal auf. Wir gehen jetzt hier rüber. Ähm. Wir haben von allem plus 100. Krass. Eine Jagdhüte. Baumwollweberei. Baumwollplantage. Oh Gott. Okay. Also wir müssen hier wirklich bloß die Fälle machen. Ähm. Oh. Da wollen wir hier richtig produzieren lassen. Da müssen wir in die neue Welt gehen. Wahrscheinlich Baumwollplantagen anlegen. Und dann alles hier rüber schaffen. Kann nur in der neuen Welt gebaut werden. Ja. Das dachte ich mir schon. Genau. So. Wir machen hier mal ein paar Jagdhütten. Ich mach mal hier vier Stück. Oder mach ich nur zwei? Vier. Ja. So. Dann. Dann. Dann hauen wir mal ein paar Straßen rüber. Bis ran an Konto. So. Lagerhaus wäre nicht schlecht, glaube ich. Ähm. Jetzt bauen wir mal da hin. Ich will mit dir keine Allianz mehr. Ja, 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 ja. Ähm. Okay, wir machen hier Fälle. Wir schlingern ins Ungewisse. Was ist denn los? Befreiung des Kraken. Nö. Oh, guck mal, die Moral ist ja richtig schlecht. Ein Krake. Das Monster töten. Dem Ding davon fahren. Tschüss. Der Wind ist für ein solches Manöver perfekt. Na, siehst du. Ich kann sie nur warnen. Fahr mal weiter. Ich will nicht zu sehen, Onkel. Gut. Ähm. Wir gehen in die neue Welt. Und schauen mal, dass wir hier irgendwie Baumwolle rankriegen. Können wir hier, was, was können wir denn hier? Hier ist Baumwolle. Äh, wollen wir hier eine neue Insel anlegen? Warte mal, wir haben ja hier auch eine. Ne, das ist ja die. Alle anderen haben hier gesiedelt, nur wir nicht, ne? Das ist nicht gut. Na, pass mal auf. Dann will ich hier... Der Teufel fordert seinen Tribut. Ja. Die Szene des Berges. Ein Pfad, der über diesen undurchdringlichen Berg führt, sollte ein Segen sein. Dem Pferd folgen. Äh, dem Pfad. Einige Kreaturen folgen uns. Nicht dem Pferd folgen, dem Pfad folgen. Die Entdecker sehen sich plötzlich umzingelt. Entschuldigung. Uh, das war nicht gut. Ja, weiterfahren. Dankeschön. Äh, wir fahren hier hin und siedeln hier. Oder fahren wir hier hin und siedeln hier? Ne, wir fahren hier hin und siedeln hier. Wir brauchen noch ein Schiff. Ah, hier können wir nämlich Baumwolle anpflanzen. Jawohl, die alte Welt. Wir stellen ein neues Team zusammen. Wir brauchen ein Schiff. Oh Gott. Hä, wo sind denn unsere... Du? Ein neuer Auftrag? Ja. Passe mal auf. Nimm mal mit. Bretter Fisch. Oh. Oh. Oh, was nehmen wir denn mit? So. Stocky. So. Damit. Passe bitte. In die neue Welt. Das könnte der ganze Weile dauern, bis das Ding ankommt da, weil fährt echt lange, ne? Ähm, wollen wir den Feind wegschießen? Oi. Oi. Wo hatten wir ihn die Taurerglocke? Das war hier, ne? So. Mal gucken, ob wir da was machen können. Das wird wahrscheinlich eine massiv doofe Idee sein. Wir schauen mal. So. Hier. Genau. Dann können wir nämlich den Feind wegmachen. Und nehm ich hier noch den, ne? Das ist der Feind. Und der Feind. Und er nicht. Äh. Sind die verfeindet miteinander? Ne, ne? Auf jeden Fall haben wir hier gesiedelt für eine dicke, fette Insel. Das wäre fast perfekt, dass wir hier vielleicht eine Hauptinsel draus machen, oder? Ah, hab ich kurz schon überlegt. Ja. So, wir bauen das mal aus, damit das nicht so überlastet ist. Wollten Sie sich nicht darum kümmern? Ja, Mann, der ist unterwegs. Bleibt mal cool. Ja, dauert nur ein bisschen. Ah, das wird gut. So. Ja, die Schiffe fahren halt ewig. Das dauert, ja? So. Ihr habt alles, was ihr wollt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kleine Gurke. Neue Befehle? Ja. Komm mal hier hin. Jetzt haben wir hier ja kein Schiff mehr, ne? Pass mal auf. Wir bauen mal nochmal zwei große Linien Schiffe. Einfluss, Admiral. Und wie kommt das? Wovon ist das? Weil wir so eine starke Flotte haben. Angriffsgeschwindigkeit plus sieben Prozent. Nehm ich sehr, sehr gerne. Sie haben an Einfluss gewonnen. Sind denn mittlerweile schon die Tiere da? Sieht das nicht etwas abgemagert aus? Äh. Das ist so dünn, ich kann es ja nicht sehen. Das ist ja krass. Warum sind denn hier die Tiere nicht? Muss ich den Spielstand? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hallo? Ei, ei. Sind Sie bereit? Na klar. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Ein Schäfer. Ja geil. Ähm. Handelskammer. Müssen wir eine Handelskammer bauen, ne? Wo waren das Ding? Hey, wo waren die Handelskammer? Da. So. Na siehste. So im Einflussbereich. Das hat Jutty klappt. So. Äh. Da, 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 da. Neue Befehle? Ja, komm mal nach Hause. Abmarsch. So. Hier haben wir Fälle hoffentlich schon. Waren. Fälle, Fälle, Fälle. Da, Fälle. Gut. Na, so langsam wird es ja. Was sagen Sie gleich, woher Sie kommen? Okay. Es wird fleißig gehandelt. Wir bauen neue Schiffe. Ähm. Aber so irgendwie hättet ihr das Gefühl, dass wir nicht vorankommen. So wirklich, ne? Hier ist eine alte Burg. Cool. Klippe des Königs. Das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Yay. Du hast Steine. Santa Maria. Komm zurück. Die alte Welt nach Hause. So, da können wir nämlich diese Dinge endlich ausbauen. Und jetzt können wir reparieren. Jawohl, ey, der Kran ist voll schön. Guck mal, oh, oppala. Na, also hier sehr gerne eigentlich. Wir hätten hier auch noch Stahl gehabt, ne? Um da zu siedeln. Aber jetzt haben wir ein neues Schiff schon mal losgeschickt. Ein Schiff erster Klasse. Cool. Ähm. Die Insel hier, die hole ich mir auf jeden Fall. Ne? Große Inseln sind immer sehr, sehr praktisch. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Wir haben kein Schiff hier, Mädchen. Eigentlich gerne, aber... Mh. Wir haben gerade echt kein Schiff hier. Verdammt. Warum haben wir kein Schiff hier? Nein, das ist nicht gut. Ich habe immer noch das Gefühl, uns sind Schiffe hier abhanden gekommen, ne? Hier wird kräftig gehandelt. Was ist das hier? Bananen, ne? Ja. Unsere Siedlung hier ist ja wieder Kinderjarten, ne? Bibi-Quatsch. Du kannst es doch noch, Riffen. Ihr habt keine Kirche? Willst du mich verarschen? Warte mal. Kirche. Ne Kapelle. Na klar habt ihr ne Kapelle. Wo ist das Ding voll? Ach, so ein Ding ist das. Na, warte mal. Warte, warte. Ich helfe gerne. So. Oh, ich solle doch an nichts fehlen. Na? Wollen wir die aufsteigen lassen, oder wird es dann schwierig? Bin mir noch nicht ganz sicher. Äh, Kautschuk-Plantage. Wofür brauchen wir das? Was haben wir hier? Ponchos. Warte mal, ne... Halt! Du bist aber sehr aufmerksam und nett. Vielen Dank. Was ist denn hier? Oberos. Uns fehlen hier Oberos. Richtig? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Na, das ist doch supi. Pass mal auf. Wir machen mal hier Oberos. So. Na, guck mal. Jetzt haben wir doch auch Upgraded wollte ich eigentlich nicht, aber haben wir... Wir helfen Ihnen etwas Besseres aufzubauen. Ah. Jetzt fehlt es hier an normalen Leuten. Klasse. So, jetzt ist alles wieder im gleiche Gewicht. Sehr, sehr schön. Unaussprechliche... Immer tiefer hinein. Oh Gott, wir haben nur noch 8% Moral. Ein von Gryll versperrter Eingang und ein im Fall verspickter Gang. Mit Fallen gespickten. Jetzt geht los, genau. Ein typischer Maya-Tempel. Ähm... Vorgeschlagenen Weg folgen und dabei einen Fallen ausweichen. Ja. Wir treiben ab. Wieso denn? Immer tiefer hinein. Hm. Die Anstrengung übersteigt die Kräfte der Mannschaft. Ein Weg durch die Schlangenbahn. Expektionisch scheitert. Toll. Es sendet Schiff. Ich hoffe, du kommst nach Hause. Und dann braucht die andere wahrscheinlich auch gleich wieder. Ne? So. Wir haben neue Gebäude freigeschalten. Oberos. Äh... Wer bist denn du denn? Eine Hacienda. War das eine Hacienda? Handelsk... Nö. Jornaleros. Was ist das denn? Ach, du Schande. Tortilla. Fleisch und Mais. Mais, Fleisch. Ein Rathaus. Ähm... Die Insel könnte oder... Ja, doch. Ja. Erwarten neue Horizonte. Na, fahr mal. Wann sind denn unsere anderen Schiffe eigentlich da? Würde mich schon sehr interessieren. Ich will eigentlich... Will ich doch bloß einen Mäntel herstellen. Jetzt brauchen wir Baumwolle. Boah, Leute. Okay. Äh, ob das was wird, werden wir beim nächsten Mal sehen. Auf jeden Fall ist hier richtig was los, ne? In der Karibik geht die Post ab. So, wie gesagt, mal gucken. Äh, Hauptaufgabe war eigentlich, äh, Felle und Mäntel und, ne? Für die alte Welt, dass die Reichen noch reicher werden. Und der Rest der Welt wird ausgebeutet. Nur, dass irgendeiner ein schönes Leben hat. So wie es halt so ist. Wir werden sehen, ob das klappt. Beim nächsten Mal. Ihr kommt, ihr seid da wieder mit dabei. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Renni hauen. Renni hauen.